Ich habe den Vlog nach Kilometern aufgebaut. Heute geht es im Vlog an den Zielort. Und zwar sieht man hier auf der rechten Seite ganz viele alte Wohngebäude. Zu DDR-Zeiten wurde in der Nähe ein Kernkraftwerk gebaut, ein riesengroßes, welches aber nicht mehr fertig wurde. Und nach der Wende hat man das Kernkraftwerk abgerissen. Heute stehen hier ganz viele Wohngebäude einfach so rum. Hier sieht man einen Teil der Wohngebäude für die Mitarbeiter des Kernkraftwerkes. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.